Trotz des erwarteten Wirtschaftsabschwungs können Bund, Länder und Gemeinden bis 2026 voraussichtlich mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Bundesfinanzminister Lindner stellt heute die Herbstprognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen vor. Wie das Handelsblatt berichtet, liegen die Einnahmen demnach rund 110 Milliarden Euro über denen der vorherigen Berechnungen vom Mai. So treibt beispielsweise die Inflation die Mehrwertsteuereinnahmen in die Höhe.